Ja, so, hier haben wir einmal 5 Volt, 10 Ampere. Direkt an den Stripe. Ja, durch die letzten Zuckung erstmal ausgemacht. So, dann Steuerplatinchen, das ist auch ganz witzig. Nämlich, Zeitschrift selbstgemacht, Zeitschrift, 4 MB Text, Flashspeicher, 3,35 Volt Converter, und noch Bluetooth. Somit kann man über eine Handy-App die ganzen Farmer zu einstellen. Von dem Stripe. Ursprünglich für eine 8x8 Matrix. Ah, da sieht man gerade nix. Kurz mal das Beispiel draufschmeißen. Und dann geht's schon los. Ja, die hatte ich eigentlich schon hier mitgemacht. Mit einer kleinen App. Und Texten und allem drum und dran. Das läuft doch ganz gut. Das ist natürlich krass, ne? Das ist ja krass. Ja, das ist ja krass. Ja, das ist ja krass. Ja, das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja.